Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 StrangerVille. Und wir sind natürlich hier bei Rose und Marion stehen geblieben. Anscheinend kann man Rahmen immer nur eine Portion herstellen, weil irgendwie war da nicht mehr. I don't know. Aber wir hatten ja mit Marion gesprochen gehabt, denn Rose war das ja alles ein bisschen viel, was passiert ist mit den Ranken in der Toilette etc. Und ja, wir haben es jetzt hinbekommen, dass wir hier ein bisschen mit ihr quatschen konnten. Wir können ja auch nochmal mit ihr über StrangerVille sprechen, was sie dazu sagt, was hier so abgeht und so. Und ja, ich habe gehört, wie sie einige Familienpersonale der örtlichen Bar über einen Infektionsscanner unterhalten haben, mit dem sie schworenhaft mal ausspielen können. Vielleicht kannst du einen von ihnen überzeugen, dir einen zu geben. Da kann man also auch einen herbekommen. Hm, okay. Weil wir hatten ja hier auch einen Typ, der ja vom Militär ist. Hier der Eduardo müsste das ja sein. Komischerweise steht sein Beruf aber nicht drin. Aber er müsste das gewesen sein, oder? Aber wir müssen morgen auch arbeiten und so. Deswegen würde ich sie erstmal nach Hause schicken und würde dann schlafen gehen, damit wir halt vernünftig arbeiten können, um dann weiter forschen zu können. Oh Mann, die hat auch unser Waschbecken und den Counter eingepackt, ne? Boah, ich hasse es. Wir müssen unbedingt dieses Caring and Sharing Ding da rausmachen. Boah, das geht gar nicht. Was soll das? Okay, sie steht auf und geht zur Arbeit. Ja, und danach werden wir wahrscheinlich Eduardo mal wieder einladen. Oh, heute ist Halloween. Oh. Dann können wir ja schon mal Dekoration anbringen. Und sie kann ja sich auch verkleiden, weil warum eigentlich nicht? Ich kann irgendwie nicht auswählen, dass ich ein Kostüm tragen möchte. Hm, doof. Okay, ich kann jetzt anwählen, dass ich etwas aus der Kraft setzen möchte. Und ich hoffe, wir haben zehn Einfluss. Aber eigentlich sollten wir das haben. Oh mein Gott, das wurde auf Deutsch übersetzt. Oh, ich lieb's. Teilen bedeutet kümmern. Möchte ich weghaben. Bye. No. So, und dann, wenn wir Eduardo einladen, können wir ihn ja darüber fragen, dass er uns darum uns hilft. Weil das ist nicht möglich. Also, ich möchte nicht, dass seine ganzen Sachen immer geklaut werden. Es gibt halt wirklich Grenzen, ne? Da ist er auch schon. Dann können wir erstmal so mit ihm quatschen, damit das nicht ganz so weird rüberkommt, wenn ich jetzt direkt frage, ob er mir in irgendeiner Form helfen kann. Um Unterschriffe aus der Kraftsetzung bitten. Und sie zieht sich mal ganz dringend um. Das ist nicht in Ordnung hier. Er unterschreibt. Woo! Eine Person ist schon mal dabei. Und dann fragen wir nach Sporen im Labor. Ich habe einen neuen Infektionsscanner. Der ist echt cool. Ich kann, ähm... Das sind Geheiminformationen. Aber vielleicht gelingt es dir, mich zu überzeugen, die einzugeben. Überzeugen, Infektionsscanner zu geben. Verführen? No. Bestechen? No. Imponieren? Darum kämpfen? Autorität? Achso. Dann versuchen wir, ihm zu imponieren. Sieh so. Ich posiere erstmal. Uhu! Live! Du machst wohl Witze. Das soll beeindruckend sein. Du musst schon stärker sein, wenn du mich beeindrucken willst. Hm. Kann ich es direkt nochmal versuchen? Ja. Ich will ihn nicht verführen. Das ist irgendwie ein bisschen... Also ich meine, Rose ist halt immer eine Beziehung. Also das können wir nicht machen. Und 750 Simoleons? Weiß ich nicht. Dann versuche ich mit ihm darum zu kämpfen. Weil das ist halt, glaube ich, noch so das am ehesten, was man darum tun würde. In so einer Situation. Weil ich meine, wir haben nicht viel Geld. Also nicht so viel Geld eigentlich. Und sowas. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann würde ich halt doch eher das Geld nehmen. Weil verflühen geht halt gar nicht, ne? Ich glaube, sie ist ganz gut dabei. Tatsächlich. Yo. Gut. Ich gebe mich. Hol dir mal einen Infektionsscanner. Du hast ihn dir verdient. Hör nur bitte auf, mir wehzutun. Okay. Ich glaube, er ist nicht mehr unser Freund. Oh mein Gott. Zornig. Und krollen nach einem Streit. Ups. Oh mein Gott. Was hat so an meinem Gesicht passiert? Help. Das ist halt... Oh mein Gott. Ähm. Ja. Ne? Wir verkaufen unser Zeug. Vielleicht hätten wir doch einfach zahlen sollen. Ja. Wir... Oh. Sie stinkt. Okay. Vielleicht sollte ich erst mal duschen gehen und dann gehen wir zum Labor. Okay. Dann mal auf, auf. Niedriger Achelstand. Warte auf eine Welle, damit diese Einheit aufgeladen werden kann. Versuche Gebiete mit einer hohen Spurenkonzentration zu scannen. Warte auf eine Welle. Das ist irgendwie komisch. Hm. Hm. Dann kann ich mich auch mit ihm verabreden eigentlich. Hm. Hm. Die Massage hat dir auf jeden Fall gut getan anscheinend. Aber... Hm. Kann man jetzt gehen? Oh ja. Ja. Kann man. Ich mach mal lieber hier draußen. Oh no. Die ist traurig, weil sie jemanden vermisst, der gestorben ist. No. Was geht hier ab, frage ich mich. Das ist sehr, sehr komisch. Uh, Zeugs. Dann haben wir ja schon fünf. Wow. Das sieht schon sehr eklig aus, ne? Also... Bäh. Okay. Das müsste dann das letzte Mal sein eigentlich, dass wir das erst mal machen müssen. Und daraus können wir dann einen Schutzanzug basteln. Ich hab das noch nicht so hundertprozentig verstanden. Moment. Was steht denn hier? Finde einen Schutzanzug und einen Sporenfilter und kombiniere beides in deinem Inventar. Wissenschaftler in der Bibliothek und dem Sitz der des Kuriositäten, Geschäftsfragen zu sporen, um mehr Informationen zu halten. Das wäre tatsächlich sinnvoll. Aber es ist schon wieder 21 Uhr. Deswegen gehen wir nach Hause. Da sind schon wieder Ranken, aber ich werde mich darum erst später kümmern. Das Schlafen war jetzt einfach mal wichtiger. Reden wie ein Pirattag. Wuhu. Oh mein Gott, mein Tisch! Ja. Es wird wohl Zeit, dass ich mir wenigstens einen neuen Tisch zulege. Was soll das? Oh, das muss unbedingt weg, ne? Ich will so einen schönen neuen Tisch haben. Und dann kaufe ich diese Counter jetzt einfach auch wieder neu. Ich meine von... Dass hier der Dingens-Tisch fehlt, ist ja noch okay, finde ich jetzt. Aber, ähm... Also hier der Wohnzimmer-Tisch, aber alles andere denke ich mir so... Was soll denn das? Das finde ich gar nicht okay. Dann kann ich hier auch eigentlich gleich eine Mikrowelle kaufen. Und der Feiertopf ist auch so cool, aber den hole ich mir irgendwann. Zack. Total schöne Küche! Aber naja, besser als nichts, wa? Ich glaube, wir können ein paar Sachen entwickeln. Oh mein Gott, yes! Der will vielen kochen. Wuhu! So, das werfe ich mal eben weg. Tschüss! Dann kriegen wir das Geld zurück, was ich eben ausgegeben habe. Zumindest zum Teil. Haha. Und dann... Gehe ich... Achso, hier muss ich glaube ich noch jeden. Aber dann gehe ich zur Bar. Da möchte ich mit diesem kuriosen, die Tätentypi da sprechen. Was der über den Schutzanzug weiß. Und ich versuche mit Leuten zu sprechen, damit ich diese Dinge in sie außer Kraft setzen kann. Weil ich habe keine Lust mehr, dass meine Sachen geklaut werden. Ah! Gunnar, I'm sorry, ich bin im Ladebildschirm. Ich kann dir nicht antworten. No, Baby! Wieso ist die Bar unvollständig? Ich glaube nicht, dass Liz Himsi die unvollständig kaputt gedient, also hochgeladen hat. Und eigentlich gingen die doch sonst auch immer. Ich lade übrigens Gunnar ein. Bevor ich auf seine Nachricht nicht antworten konnte. Und der unterschreibt bestimmt meine Petition. Ich gucke jetzt erstmal, was hier angeblich fehlen soll. Weil eigentlich dürfte nichts fehlen. Bar-Hocker? Oh mein Gott, die klauen auch in öffentlichen Sachen irgendwas. Das ist der größte Mist, das kann doch nicht sein. So, dann quatsche ich erst mal mit Gunnar ein bisschen. Hier, du kannst den ja hier ein bisschen knutschen oder so. Düsteres Kompliment. Oh. Immerhin, ja. Fragen zur Beziehung. Achso, ich war eher. Super romantisches Kompliment. Das zieht immer. Und dann können wir ihn fragen, ob er helfen möchte. Ich hätte für immer mit dir Wuhu machen können. Okay, Girl. Also, das hätte ich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit gesagt, aber hier. Um Unterschrift fragen, bitte. Also, ne, ich finde das gut. Ich habe dir schon Sachen geklaut. Ich werde das nicht unterschreiben. Wir können uns ja mit der hier anfreunden. Mit Kira. Weil, keine Ahnung. Also, wir brauchen jetzt ja einen neuen Militärtypi, mit dem wir halt dann sprechen können. Weil der andere mag uns nicht mehr. Und das wäre zumindest halt ziemlich sinnvoll, würde ich jetzt behaupten. Oder meint ihr meinetwegen? Mir ist es egal. Wir müssen auch irgendwem noch irgendwann diese Wanzer andingsen, ne? So, mal schauen. Sind wir jetzt schon offiziell Freunde? Das wäre wichtig. Na, Bekannte. Dann kann ich sie ja auch um die Unterschrift fragen, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Sie findet das auch gut? Was ist denn mit ihr? Jetzt sind wir Freunde. Wuhu. Dann kann ich sie ja mal fragen. Ich, nee, warte, ich muss sie ja gar nicht mehr fragen. Aber so sonst generell, ne? Also, für andere Dinge werden wir sie vielleicht noch brauchen. Hallo. Ich würde gerne... Uh. Interessant. Aber. Ja, im Inventar können wir immer noch nicht machen. Kleidung kaufen. Kleidung kaufen. Achso. Ich dachte schon. Also, wir können über Strangible reden meinetwegen. Aber. Die können mal auf Kuriositäten kaufen und gucken. Ich weiß nicht, ob das halt was bringt. Ich habe einen Schutzanzug, der mich gegen Spuren schützen kann. Aber mir fehlt noch ein Atemluftfilter. Ich wette, einer der Wissenschaftler könnte einen herstellen. Hier ist auch nichts Neues. Wissenschaftler. Und wo finde ich die? In der Bibliothek. Wir gucken mal. Gunnar kommt natürlich mit. Die Bar ist schon wieder unvollständig. Es wurde schon wieder irgendwelches Zeug geklaut. Ich raste aus, ne? Also, ohne Witz. Das ist die schlechteste von diesen nachhaltig Leben Dingern, was es gibt, ne? Ohne Witz, ey. Hat er eigentlich mittlerweile einen Job? Ich weiß es gar nicht. Nee, Gunnar ist arbeitslos. Naja, wir gehen erst mal pullern. Und dann können wir ja mal hier schauen. Sie soll erst pullern gehen? No! Die geht einfach weg. Was ist denn mit ihr? Nein, ich will mit ihr reden. Dann reden wir halt hier ganz abseits von allen Leuten. Kein Ding. Gunnar ist nur die, äh, die, die mentale Dingern zieh. Unterstützung heißt das. Sobald du genug Spurenhafen gefunden und sie im Labor analysiert hast, kann ich einen Atemluftfilter für dich herstellen. Sicher ist die Konzentration in der Nähe der Infektionsquelle höher. Im Labor muss ich sie erst analysieren. Oh, warum sagt mir das keiner? Aber wenn sie das dann für mich machen würde, kein Ding. Ja, ich kann Gunnar ja auch mal hier zeigen, wie das gar im Labor aussieht, ne? Man muss in den ersten Stock gehen. Steht zumindest hier in einem, wie heißt das, in einem Walkthrough. Ich schau einfach mal, ob mir das irgendwas bringt. Obwohl, da kann man gar nicht hin. Hä? Das sah erst aus, als würde die Treppe noch nachher oben zeigen. Hier steht im ersten Stock. Oder meinen die damit halt diesen Bereich, äh, also das Erdgeschoss. Weil ich finde hier halt nichts, was halt irgendwie zum Analysieren gedacht sein könnte. Wisst ihr? Irgendwas scheine ich zu übersehen. Und ich kann ehrlich nicht sagen, was. Also meinetwegen kann sie noch hacken, um Beweise zu finden. Aber es bringt mir doch auch nichts. Es steht halt im Walkthrough auch nicht, wo es genau sein soll. Es steht nur, äh, nachdem ihr 15 Sporenhaufen gesammelt habt, könnt ihr das chemische Analysegerät im ersten Stock des Geheimlabors verwenden, um Infektionsprofildaten zu erstellen. Aber, ich bin doch nicht doof, oder? Das ist doch hier nicht. Ich habe auch schon allen möglichen Krempel angeklickt. Hier steht halt auch nur, Sporenhaufen können am chemischen Analysegerät im Geheimlabor verwendet werden, um nützliche Dinge herzustellen. Ja, und wo soll die Scheiße sein? Mein Gott, was soll denn das? Im ersten Stock? Wollte mich verarschen. Das ist nicht der erste Stock. Ich raste aus. Muss ich jetzt das für alle einzeln machen? Okay, ich kann jetzt zu einem Wissenschaftler gehen, um das fertig zu machen, ne? Boah, ich dachte schon, ne? Boah, das wäre so schlimm gewesen. Oh mein Gott, ich dachte schon, irgendwas wäre mit meinem Labor kaputt, dass das da fehlt, ne? Weil, äh, hier, teilen bedeutet kümmern. Hätte ich schon gedacht, dass das irgendwas geklaut wurde. Das wäre so schlimm gewesen, ey. Oh mein Gott, ey. Die Mitte schlafen hat sie sich auf jeden Fall verdient, die sie gleich ruht. Und das Essen auch. Und ich würde einfach sagen, wenn jetzt nicht noch irgendwie was passiert oder so, dann sehen wir uns dann einfach am nächsten Morgen wieder, in der nächsten Folge. Und ich beende das jetzt einfach hier. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht hat es euch, äh, auch entertaint, dass ich ein bisschen ein Dummkopf bin. Aber sonst, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und Tschüss!